Ja. Sau der komische Sound gerade! Das ist denk ich mal aber Absicht, oder? Jaja. Das ist halt halt so, weil unsere Ohren total... Unsere Ohren sind explodiert, Alter! Nein! Das ist sau komisch, irgendwie. So'n Herzschlag und ganze Zeit alles, ey. Alter, wie komisch. Aber irgendwie geil, irgendwie. Stimmt, gemacht. Alter. Alles halt hier rum, Alter, als wenn sonst was wär. Obwohl... Keine Ahnung. Alter! Ich stimmt es, dass denn... Ach, da, von unten kommt die auch noch. Nämlich den mal ein, wollte ich grad sagen. Und hübschrauben. Hubi! Boah, in sein Face. Ah, Messer, Messer, Messer! Fickt euch! Fickt ihr ne... Scheiße! Nein! Ich muss mich verste- Jetzt bin ich gleich dead! Ja, Chicken is dead! Chicken is dead! Kevin... Ach, du bist das! Ich dachte schon scheiße! Kommt da! Achso, auf der Seite ist noch jemand. Nachladen hier. Scheiße, ich hab keine Granate mehr. Alter! Fetzen, ey! Der ist also noch... Du heilst total! Ich hör dich, Alter! Wie? Aber ist ja egal! Versteh ich nicht! Ich hör mich schießen! Achso! Bei dir! Achso, ja, ja! Meinst du, das ist ein Bug von meinem Spiel jetzt, oder was? Vielleicht? Oder... Äh... Das ist einfach so. Oder ist es einfach so, weil ich Braxton bin? Nee, das ist einfach so. Weil ich Braxton bin, ne? Ne, ich hör nicht mich bei dir. Ich hör nicht... Der Fliegerquatsch, Alter, als ob ich... ...mich im Spiel schießen würde durchs Mikro. Hm. Ja, dann komm ich mal zu dir. Really? Hups, Hups, der steht ganz der Lade. Was lädt denn der alles, ey? Neue Gegner, Neue Gegner, Neue Gegner, Neue Gegner! Was für Granate bist du? Scheiße, Granate? Einen halte ich hoch, den anderen zerfetzig und da bist du und ich bin tot. Also fast. Hallo? Was? Hör mich bitte. Eieiei, was ein Leveller, was ein Leveller. Warte mal, kommen wir da... Ne, kommen wir nicht hier. Oder? Ne. Ah, geht doch, ey. Ab in den Fahrstuhl hier. Weißt du, alles kracht zusammen, wir gehen in den Fahrstuhl. Gute Idee, in echt, oder? Wenn das mal zugehen würde, ja. Hallo? Bei einem, bei einem Gewitter, äh, Erdbeben. Hm. Ich geh jetzt weg, ich hab keine Lust auf den Fahrstuhl. Komm. Oh, der geht nicht. Scheint so. Nur alles kommt runter so. Double Zeitlupe. Jo, echt, echt, Beknecht. Und jetzt kommt irgendein Feuer da... Was? Mama, Mama's da, schnell komm! Bitte, bitte. Mama, wieso schreit Mama so? Hm. Also in echt werd mir das nicht zu denken geben. Hm. Ich würd' ich's ganz nett finden. Ey, du brennst, geh wieder rein. Ja, ich will ihn nicht auch bringen. Mach ihn aus, guck mal, ich mach ihn. Ich hab ihn ausgemacht. Gut gemacht. Kannst du das auch mal ausmachen? Oder sollen wir da hoch? Sind wir hier jetzt wieder hoch, oder? Ich hab ausgemacht. Oh, hört sich ganz gut an. Gesperrt. Warte mal. Warte, hier ist ein Seelenband. Oh. Deine Bände geliehen, Seele, doch. Komm mit. Komm mit, das ist Exit. Ich hab das Exit ausgemacht. Schieß mal auf das Exit hier. Guck mal, er ist ausgegangen, oder? Ja. Komm hier, irgendwas danger. Oh. Oh, ey, ein PC. Aus. 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 Ey, wo bist du? Hä? Da bist du langgegangen. Ich bin woanders langgegangen. Da gab's Muni und so. Wahrscheinlich nur für dich wieder mal gewesen. Hey, ich will mir Nein nehmen. Dich nur nicht an. Da sind viele Fassaden. Bam, und nein! Die Granate irgendwie gegengeworfen. Was ist ein Medic? Was hab ich? Ein Medic? Oder da ist einer. Oh, guck mal. Scheiße, wo schieß ich denn hin, Alter? Wie lustig sah das denn gerade aus? Übernehme Position! Kannst du nicht einen mit Schild annehmen? Ja, ich könnte wahrscheinlich auch ein Schild jetzt aufnehmen, aber... Keine Lust. Ich bin zu cool dafür. How's your chicken is dead? Ja, genau. Ich bin Kevin Nolan. Mein Chicken is richtig dead. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich hier weiter... Hier oben. Digga, wie so ein Zoo. Weißt du, ein Zoo? Bei uns gab's ja auch immer so'n Ding. Was ist das für ein Baby-Zoo? Gutes Chicken. Hallo, Baby! Ey! Ich werd hier gesplashed. Komm mal hierher. Wo bist du? Kannst du mal hierher kommen jetzt? Wird ein Schild weggeworfen. Alles fliegt hier... Boah, das sieht krass aus jetzt. Scheiß Turm. Ey, was ist das für ein Turm? Hä? Achso, ich explodier jetzt. Achtung. Hä? Hast du ein Schild abgelegt, mein Junge? Ja, hab ich schon gesagt. Achso. Hinter dir. Warte. Da kann ich grad nicht drauf achten. Du musst dich eigentlich einmal nur berühren, wie gesagt, glaub ich. Wenn ich richtig vor ihn stehe. Bam! Dann zerquetsche ich den. Ja, wie komm ich jetzt hin? Haha. Biem dich auch. Hehehe. Hallo, hier, erste Hilfe-Zelt. Weil, will jemand herkommen? Ist voll hygienisch und so und alles gar nicht kaputt und alles. Alter. Alter. Du musst durch die Zelte. Hey, du zelten Kind. Wo bist du? Da, nein. Und... Alter, alles fliegt hier. Fetzt hier. Schnell, wir müssen raus. Wollen nicht lang? Wollen gehen wir nochmal? Da hier lang. Oder? Bin mir nicht sicher. Ich auch nicht, aber wie sollen wir da lang kommen? Ne, wir nicht lang. Wieso bin ich jetzt tot? Ich bin gestorben. Und wieso bist du das? Weil du da raufgesprungst. Ins brände Flugzeug. Also nebens brände Flugzeug. Ja, Chris. Ähm, ja. Wenn ich schon sterbe und ich hab Feuer als Waffe. Ich weiß ja nicht, wie du das dann überleben sollst. Und, alles noch mal von vorne. Ihr vergisst den Mario doch mal nicht. Boah. Alter, sterb doch mal ihr Wichsgesicht da. Ach ja, der auch noch. Stimmt, das ist ja auch gesagt. Nee, mit Schild ist das auch scheiße. Da sieht man ja gar nichts. Ja, belebt mich mal. Okay. Mit meinem Schild? Negativ, negativ! Werber negativ. Digga, ich hab ein Schild. Was wollt ihr alle? Bist du dumm? Ich bin fast gestorben, Malta. Auf der Schwelle saß ich von dem Ding. Guck mal bitte, wo ich bin. Ja, und du wirst auch nicht mehr hochkommen. Nein. Teleportier dich. Zieh! Klar, Digga. Als ob ich nicht hochkomme. Dauerfeuer, Junge. Chapeau. Wollte nur mal eben sagen. Gut, ne? Wie ich es gesagt hab. Ja. Ja. Ich will dieses Scheiß. Schild nicht mehr. Ich hasste das. Tschüss. Hier lang. Ah, das könnte natürlich sein, dass wir gehen um hier lang. Müssen wir mal rein. Sexy. Hallo? Äh? Immer machen die uns die Türen zu, ne? Unfair. Oh. Gar nicht gesehen. Hey, der wackelt! Hey, ein Spielzeug, ey. Guck mal! So ein Schaukel, man! Heftiges Scheiß. Halt den Raum mal. Kaum makaber. Kaum. Überhaupt nicht. Ey, die sind so fest, ey. So statisch, ey. Ach, hier geht's raus. Oh, der nicht ganz. Oh. Ey, Schnuggi! Ey! Mr Voltage, man! Das war unser Alter, ne? Ach so. Wir teilen uns, wie? Was denn? Okay. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich will den einnehmen. Ey, ich will dich einnehmen! Oh, Junge, bleib da! Wir sollten vielleicht nicht ganz zu nah dran stehen bleiben, weil der ein bisschen stark ist. Das ist lustig, ich kann ihn immer wieder hochnehmen, der kann nichts tun, dann... Ja, kannst du ihn hier einnehmen? Nee. Du holen, bleib da! Hier ist der, hier ist der, hallo! Wo gehst du hin, weil bist du doof! Wir müssen weiter, wir können den nicht töten. Ach so, stimmt! Das kann echt sein! Okay, komm. Scheiße, Mann. Ich weiß nicht, wo lang wir einfach müssen. Ah, okay, ich weiß doch, wo lang wir müssen. Aber, können wir es nicht machen, bei Passwort Encrypted. Mann, wir können ihn echt nicht töten. Das war so ein Mr Unsterblich-Typ. Weil ich verschwende jetzt auch nicht weiter meine Munde. Ja, bei mir ist es ja nicht so wichtig. Ich hab ja unendlich. Ach, hier ist er wieder, ne? Ich renne vorhin weg, hier war Angst. Aber wir kann... Genau, wir laufen auch weg, das Eckertum. Du bist ja auch nix wert! Boah, ey, danke, dass du mich grad töten wolltest, du Arschloch! Hilfe! Da Voltage mich! Ah, hier müssen wir rein. Oh, ne, das bin mir nicht so... Oh, nein, ich bin ein Türker! Zum Glück hast du deinen Bruder. Jawoll, du Huan! Jetzt nämlich dich ein! Daumen! Jetzt hab ich ihn gefuckt! So ein Ass! Das ist nicht möglich, ich kann keinen töten! Ah, er hat deine Deckung weggenommen! Hast du mich die Deckung? Aber der hat so eine komische Pixelfehler, wenn man so ein drin ist. Weil der so ein Elektronik-Typ ist, weißt du? Was ist das für eine Waffe, die ich hier habe? Guck mal! Äh, was ist das, der sagt, jetzt bricht die Panik aus? Ach, der! Ach ja, Mensch! Wer? Der Elektronik-Man! Aha, bin seine Deckung weggenommen. Oder er ist einfach nur... hat sich nur geblieben. Waffe weggegangen. Aber das Ding ist, ich bin jetzt auch Powervoll. Digga, wenn der mit seiner Waffe schießt, ne? Da fliegen meine... da fliegen die Gegner weg. Wo ist denn der jetzt? Oh, da ist der ja! Ah, jetzt... Ah! Die werden's heftig. Ja. Die ich habe von ihm auch. Also seine Waffe quasi. Scheiße! Jetzt muss ich ihn wieder neu einnehmen. Aber man darf nicht in diese Container reinenden. Ist man alleine im Arsch. Hilfe! Hilfe! Wo bist du denn? Ich müsste ihn gerade splashen. Nein, doch! Schön, dass du wenigstens noch schießen kannst, ne? Oh, ne? Komm her, ich zersplasche dich! Lass mal, lass mal leben! Ich liebe, dass sie zu splashen. Mein Gott! Neu! Das ist seine Waffe auch, ne? Ja, das ist ein Bolzenschussgerät. Ja, das ist seine hier. Das ist so geil. Ich kann ihn immer wieder ficken. Digga, ich bin stärker als du. Siehst doch einen. Du hast zwar eine Rüstung, aber du kannst keine Leute hochheben. Ich hab keine Munde mehr. Jawoll, und jetzt habe ich ihn. Und? Eingenommen. Ja, 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 ja. Schon wieder noch einer! Was? Wie viele kommen denn davon? Fuck, Junge. Ich muss aufpassen. Ewig halte ich auch nicht. Tot. Ja, ich komme. Ist nichts mit tot. Ist nur Aua. Hier, kriegst ein Pflaster. Digga. Digga, du Huren, Alter. Komm her, Alter. Ich zerfick dich. Das mag der nicht, wenn man die fickt. Wir haben beide Doppelbolzen, Mann. So viel kann der doch gar nicht aushalten, Mann. Warum müssen wir hier auch mal... Wir sind überall da, wo die Verschlüsse da sind. Mann, verlier doch deinen scheiß Deckung jetzt. Geht doch. Zersplashen. Und scheiße, ich kann ihn gar nicht neu einnehmen. Das war sehr dumm von mir. Ich kann ihn ja nur neu einnehmen, wenn ich... Jetzt. Nee. Erst... So, ich kann töten. Aber ich kann nichts zu slashen. Das kann ich ja immer nur... gewisse Zeit danach. Das lädt sich immer wieder auf. Ich nehme ihn doch ein. Kann ich doch nicht. Hör doch, was ich sage. Aber dafür musst du... Das dauert immer ne Zeit, bis ich wieder neu einnehmen kann. Überall sind hier Munition übrigens, ne? Ja, die suche ich ja alle. Ja, überall in den Dings. Achso. Ja, überall wo so ein Verschluss ist. Genau. Ey Schatz, hier bist du ja. Ich küsse deinen Arsch. Hm? Komm her. Dein Freund ist hier. Die kann den Code eingeben und hat uns gerade gerettet. Kommst du bitte? Hallo? Kommst du mal hierher? Chris, wir warten. Wir müssen weiter. Kann ich acht Jahre warten, wenn wir hier grad... Hast du gehört, was sie sagt? Kannst du eben ihren Popo angucken? Warte, wie langsam du bist. 0,0001 kmh, Alter. Okay, let's go. Schaffen wir. Welche Terminals? Die Terminals des Standbilds? Was für ein Endlich, ey. What the fuck? Ich bin durch den Heuhaus. Aua. Digga, ich hab dich gerettet. Hast du das gesehen? Oh, danke sehr. Ja. Guck mal, wie lustig so. Ich stand da ganz locker und... Warte, ich töte dich fast gemäßig. Ja. Also ich helfe dir. Einfach nur mit so'n Handschlag, weißt du. So ganz cool, du. Als wenn nix wär. Mega laut. Kommst du zu dir auch scheiße. Ich helfe dir. Hast du das aus meiner oder aus deiner Sicht gesehen? Ja, aus deiner. Weil du der Hauptcharakter bist, ne? Mhm. Hauptrolle. Ich weiß ja nicht, wer das wär, wenn ich der Host wär. Aber ich denk mal genauso. Mhm. Ja, dann würdest du. Hast gehört? Ja, stimmt. Du musst es augenblicklich töten. Also, eben. Also hab ich ja recht. Hä? Was hat die gesagt? Du musst es töten mit dem Joggenau. Nein, davor. Die darf nicht ihr Kind gebären, du musst es töten. Das zerstört sich alles, Junge. Aber wie hat sie uns beiden denn erlegt? Uh. Alter Falter. Das wird jetzt eine interessante Folge. Ja, ich hab ein bisschen geguckt. Yeah. Das wird interessant, liebe Leute. Das war jetzt eine Session. Ich weiß nicht, wie viele Parts daraus jetzt entstanden sind. Am Ende dieser Session. 40 Minuten. Oh, hast gut aufgenommen. Ja, würde ich sagen, sind zwei Parts drin. Also ist hier der zweite Part. Ah, ja. Ganz schön krass, liebe Freunde. Von dieser Session. Und wir sehen uns in der nächsten wieder. Mal gucken, wer den aufnimmt. Tschüss. Wenn die dann sehen. Also, Chris, sag, hau rein. Tschüss. Ich nehme nächstes Mal wieder auf. Tschüss. Tschüss. Dann macht er das und... Ach her steht da oben übrigens, Missionszeit. Scheiße, ganz bisschen über Missionszeit. Nur, weil du immer rumpimmeln musstest. Spaß. war's. Und bis dann, haut rein. Tschüss.